Und überall sind diese Alarmknöpfe. Und das haben wir auch schon aktiviert da drüben. Geile Scheiße. Bedeutet... Wir können was aufwerten. Was wir natürlich gleich machen werden. Wir haben sogar 10 Punkte. Hm. Ich habe keine Ahnung, was wir da aufwerten sollten. Kampftarnung... Ich benutze hauptsächlich Maschinenpistolen, ganz ehrlich. Die Schotflinte so gut wie gar nicht. Gewehre... Könnte man natürlich auch machen. Wie wäre es mit... Hm. Kampf allgemein? Ach. Also alles ist so auf 3 und so weiter. Das ist... Hm. Und... Ja. Machen wir mal ein bisschen auf Nahkampf. Werden wir wahrscheinlich nie brauchen. Was? Kann ich mal nicht... What? Okay. Der hat uns irgendwie gesehen. Was haben noch die AK? Ist die... Ist die gesilenced? Ich glaube, diese AK ist nicht gesilenced. Hat die Uzi einen Schalldämpfer drauf? Nein. Scheiße. Wenn ich hier diesen Schalldämpfer abbaue, kann ich den dann an die Uzi... Also hier... Hier kann ich definitiv nicht dran machen. Wo ist die Uzi? Wo ist die Uzi? Da ist die Uzi. Nein. Falscher Knopf. Da kann ich ein Schalli dran machen. Sehr schön. Ansonsten sind wir hier sofort entdeckt. Läuft der Typ da vorne eigentlich in der Runde? Sieht so ein bisschen stationär aus. Ich speichere nochmal. Bunker ist scheiß drauf. Ich überschrebe gerade alles. Der Typ da hinten scheint, der ist sich hier irgendwie festgepackt zu haben. Schlößen wir doch nochmal ein bisschen. Das hat keiner mitbekommen. Sehr schön. Ah, wir spielen schon auf die ganze Zeit lange lange... What the fuck. Wir spielen übrigens halt lange lange Zeit mal wieder. Mit der Uzi. Nee, hier ist kein Alarmknopf. Wäre auch nur zu schön gewesen. Also der da oben... Wo ist denn das Ganze? Diesmal können wir ein bisschen gucken. Aber hier... Wo ist das da oben? Ist das Ding. Oh. Der läuft also so. Sehr gut. Stört auch niemanden, dass wir hier die ganze Belegschaft ermorden, oder? Können wir mal ein bisschen schneller, damit es ein bisschen schneller fahren geht. Ah, toll. Die werden natürlich die Leichen finden. Schreien die dann nach Alarm? Oder... Würdest du es gerne halt wissen? Hallo? Dann nach. Ähm... Da die bisher... noch keinen Alarm... Noll. Ausgelöst haben. Sekunde. Ich muss mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Ja, kam was Judisches dazwischen. Das war auch das, was so am Hintergrund ein bisschen gepiept hat. Skype, weil wir noch einen Vortrag haben morgen. Also zu dem Zeitpunkt morgen, wo ich hier das Ganze aufnehme. Zurück zum Spiel. Wo waren wir denn? Hallo? Achso, ich vergaß. Das sind die Pfeiltasten. Ähm... Na schön. Wir können jetzt ein bisschen mit Blut begingen. Was hat denn der dabei? Ein Diamantenring. Und wir können eine Schrottflinte mitnehmen. Wie viel Life haben wir denn? Ich erkenne das von hier aus nicht. 75. Ich glaube, da können wir... Ja, das waren unsere gesamten Medikits. Diese zwei Schrottenschüsse. So haben wir recht sein. Was haben wir hier noch? AKS-74U. Noch sind wir nicht überladen. Wir haben ja auch ziemlich viel gefeuert. Äh... Wir müssen ja eigentlich nur runter. Okay. Komm. Geh doch raus. Bewegt deinen fetten Arsch. Wir hatten ja noch schießen können. Das wird... Huch. Das hat sich ein bisschen nach einer Katze angehört. Ähm. Wir hatten ja noch schießen können. Der hat nur eine Pistole. Na gut. Wir werden ihm etwas mitnehmen können. Der hat schon wieder... Eine größere Wumme dabei. Und wir sollten... Ihn vielleicht auch... Vorher noch ausschalten. Ich bin gerade im Überlegen, ob wir dazu... Das vielleicht das Snipergewehr werden sollten. Was für ein Bewegungsding hast du denn? Sniper, 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 Sniper... Bewegt sich ja echt kaum. Und kaum sag ich es... Bewegt sich dieses Miststück. So. Ziel, Ziel, Ziel. Und... Und ein kritischer Taffa. Ähm... Jetzt... Können wir auch eigentlich auf dieses Ding wechseln. Wobei wir können... Jetzt können wir auch wieder ein bisschen padruzzi bleiben. Und looten. Noch ein bisschen. Da liegt ein bisschen so ungünstig, aber... Jetzt sind wir überladen. Dann... Schauen wir doch mal, was wir als erstes loswerden. Der wäre dieser... Mein Bildschirm steht ein bisschen weiter weg. Ich erkenne das gerade nicht. Jetzt dürfte die hier sein. Und... Immer noch sind wir überladen. Dann haben wir ja zum Glück die hier... Noch ein paar Mal. Und... Weg damit. Ja, sowas nehmen wir doch gerne mit. Was haben wir jetzt noch? Ich glaube, die hier, das ist eine... Sei egal, da... Ich mache jetzt noch kurz die Munition raus. Und... Raus mit dir. Ich brauche doch jetzt wirklich keine Sau. So. Dann gehen wir doch mal in das von uns... Für uns an die verbaugene Areal. Ich bin irgendwie ein bisschen stolz auf mich. Wir haben es bisher geschafft, ohne großartig entdeckt zu werden. Es ist galb vor meinem Audacity-Fenster. Das erkenne ich nicht, wie laut ich schwitze. Nicht gut. Und schauen wir uns noch mal hier diese neue modischen Computer an. Ja, das sieht irgendwie ein bisschen aus wie Backöfen. Oder so thermonuklear-Ding. Na, thermonuklear-Molekular-Molekular-Küche. Und was haben wir hier? Item has no description. Zum Glück sind wir nicht überladen. Ach du Scheiße. Habt ihr gesehen? Schaut mal auf die Karte. Was ich jetzt mal mache, ist ganz schnell. Ich speichere und da können wir natürlich das hier beschreiben. Ja, was jetzt? Wo muss ich denn raus? Was ist mein Missionsziel? Ich muss da oben raus? Na, scheiß drauf. Hey. Und Koffer raus. Das dürfte ja nicht reichen, dann, wenn ich da... ...untenrum... ...laufe. Hab ich den überhaupt untersucht? Wahrscheinlich hab ich den untersucht. What the fuck? Das sind doch noch mal mehr. Also, das ist jetzt leicht übertrieben. Das ist meiner Meinung nach. Dann bin ich doch mal froh, dass wir noch die Silenced haben. Kann ich da nicht was draufbacken, dann. So, ganz sneaky. Ganz leise. Ich hab keine Medik-Kids. Ach, scheiße. Das läuft so unten rum. Ich hab sowas befürchtet, ich könnte ja einiges an Munition aufbrauchen. Das Diadem da, was es auch... oder was auch immer das ist. Nehmen wir doch mit. Das andere ist eine Säger, ne? Ja, ja. Die lassen wir mal liegen. Das ist deutlich dabei. Na, K. Wir nehmen jetzt am besten mal... Was war denn das? Das ist das der Eger. Immer noch... Nehmen wir die Pistole. Ähm... Ich hab keine Ahnung, wo die Pistole sich im Inventar aufhält. Da. Dann nehmen wir noch... Ja, klar ist immer noch überladen. Ähm... Ähm, 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 ähm... Oh, da ist noch der Acker. Da. Uni raus. Und... Raus mit dir. Und... Zack. Raus mit dir. Ja, klar ist das. 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 Untertitelung des ZDF, 2020